Ich bin Komponist, Interpret, spiele verschiedene Instrumente. Manchmal baue ich auch welche oder erfinde welche, aber die längste Zeit in meinem Leben habe ich eigentlich mit meinem Akkordeon verbracht und mein Name ist Mario Bartkowitsch. Ich bin in meinem Leben sehr vielen Klischees und Schubladisierungen begegnet, habe Grenzen gesehen, echte Grenzen, physische Grenzen, mentale Grenzen, gesellschaftliche Grenzen und ich möchte diese Grenzen eigentlich nicht in der Musik haben und versuche deswegen auch mein Leben den Tönen zu widmen. Für den Preis und die Anerkennung meiner Arbeit bin ich sehr dankbar. Anerkennung meiner Arbeit bin ich sehr dankbar. Anerkennung meiner Arbeit bin ich sehr dankbar.